Eine Sache führt immer zur anderen und Änderungen können oft schwer zu akzeptieren sein. Trotzdem müssen wir weitermachen. Das ist die einzige Möglichkeit. Weitermachen? Es gibt hier noch etwas zu tun? Wie kann ich euch dabei helfen? Die weise Tirora ist in Sovengarde eingegangen und Pfahlstein braucht eine neue Weise. Skaldin Swari hat mich um meine Erlaubnis gebeten, sich für dieses Amt zu bewerben und ich habe sie ihr gewährt. Oh ja, stimmt. Was muss Skaldin Swari dafür tun? Die angehende Weise und ein Gefährte müssen an den Schreinen von Pfahlstein beten. Wenn unsere Ahnen sie akzeptieren, werden ihr Visionen der 500 zu ihrer Blütezeit erscheinen. Werdet ihr sie begleiten? Oh, als Gefährte meint ihr mich? Das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Ich werde nachsehen, ob sie bereit ist. Halt, Soldat! Meint ihr mich? Wartet bitte einen Augenblick. Kaum zu glauben, dass Tirora nicht mehr bei uns ist. Ja, das tut mir leid. In der ganzen Hektik habe ich das fast vergessen. Und ihr werdet sie jetzt ersetzen? Ich hoffe es. Die weise Tirora ist nun in Sovengarde angekommen. Pfahlstein braucht eine neue Weise. Jemanden, der die Taten der Gefährten aufzeichnet. Aber erst muss ich mich beweisen. Ah, also eine Weise zeichnet die Taten der Gefährten auf. Was gehört denn dazu, um euch als Weise zu beweisen? Die angehende Weise und ein Gefährte müssen an den Schreinen von Pfahlstein beten. Visionen der 500 zu ihrer Blütezeit werden ihnen erscheinen. Würdet ihr diese Gebetsperlen nehmen und mich begleiten? Oh ja, natürlich, sehr gerne. Es wäre mir eine Ehre, Skaldinsvari. Wir werden mit der Geschichte von Ingol beginnen. Isgramors Sohn. Aus dem fernen Admora hat mein Fürst und Vater Isgramor die 500 Gefährten geholt. Mein Bruder Ilgar und ich waren stolz darauf, unter den Auserwählten zu sein. Eine mächtige Flotte hat unser aller Herold von Admora über das Meer bis an die Küsten von Himmelsrand geführt. Aber es obliegt nicht mir, die Geschichte ihrer Landung zu erzählen. Ich übergebe das Wort an meinen Bruder Ilgar. Leider kam mein älterer Bruder Ingol, der rechte Arm meines Vaters, während der Überfahrt bei einem gewaltigen Sturm und Leben. Gram gebeugt führten Fürst Isgramor und ich unsere kleiner gewordene Streitkraft an die Küsten von Himmelsrand. Der nächste Schrein ist Ilgar geweiht. Er hat die Gefährten an Isgramors Seite angeführt, als die Flut der Nord, die Elbe, eine von Ilgars größten Errungenschaften war, dass er nach Isgramors Tod die Führung übernahm. Ohne sein eindrucksvolles Auftreten hätten die Gefährten keinen Bestand gehabt. Die Elfen, die Himmelsrand seit ewiger Zeit gehalten hatten, fielen vor unseren Klingen wie Grashalme. Fürst Isgramors Gefährten herrschten schon bald über das gesamte Land. Hinter den Schilden und Schwertern der Gefährten siedelten sich weitere Reisende aus dem fernen Admora hier an. Unser Volk Gedih und der Rum von Isgramor, der unser aller Herold war, verbreitete sich über ganz Tamriel. Der letzte Schrein ist Isgramor geweiht, der unser aller Herold ist. Er hat die Gefährten nach Himmelsrand geführt und die Elfen unter, wenn er seine mächtige Axt, Wutrat, in der Hand hielt, konnte es niemand mit Isgramor aufnehmen. Nur einer wagte es, Wutrat und Isgramor entgegenzutreten. Der furchterregende Halbriese Sinmur, das Oberhaupt der Riesenclans von Himmelsrand. Sogar der Riese Sinmur fiel vor der Macht von Isgramor und Wutrat. Und so werden alle Feinde der Gefährten fallen. Sogar der Riesenkirchen. Danke für eure Zeit und eure Hilfe. Kann ich die Perlen wiederhaben? Ja, sicher. Hier sind sie. Bitte sehr. Gefährten, erhebt euch und ehrt Skaldin Swari, die die Position als Weise einnimmt. Skaldin Swari, wir sind hier, um euren Mut, eure Weisheit und eure Stärke zu ehren. Ihr habt euch würdig erwiesen, unsere Nähe schwört ihr, die Grundsätze der Gefährten zu erhalten und die Pfahlsteinhalle mit eurem Leben zu verteidigen? Ich schwöre es. Dann erhebt euch als Swari, Weise der Gefährten der Pfahlsteinhalle. Mein ganzes Leben habe ich hierauf hingearbeitet. Danke, dass ihr mir die Ehre eurer Anwesenheit erweist. Ihr braucht mir dafür nicht zu danken. Ich bin stolz darauf, meinen Teil beigetragen zu haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Es wird meine erste Amtshandlung als Weise der Pfahlsteinhalle sein, eure Taten hier aufzuzeichnen. Die Gefährten werden sich von diesem Rückschlag erholen. Wigrod und ich werden dafür sorgen. Nun zu euch. Ich habe Neuigkeiten aus dem Wern im Wald. Ihr habt Neuigkeiten? Was gibt es denn Neues, das ich wissen müsste? Die Reckmannen sammeln sich im Wald. Jakil möchte, dass alle Felgen klingen unverzüglich dort hinabrücken. Oh, die Reckmannen sammeln sich. Das bedeutet, sie haben etwas vor. Ich bin sofort auf dem Weg. Der Königspfeil? Seid gegrüßt. Ich nehme nicht an, dass ihr eine Vorhut nach Wernim führt. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass ihr meine Hilfe braucht. Ich wurde nach Wernim im Wald geschickt. Noch einmal, dass wir stopfen und irgendwo unterbringen müssen. Ich hoffe, ihr seid das auch wert. Ich nehme an, dass ihr keine Verstärkung dabei habt. Aber das ist nicht nur ein Wernimus мир. Und之ечно, das ist nicht das.